ja moin moin meine lieben ihr seht es ist der nächste tag und ja wir haben heute hier in berlin einen schönen videodreh noch für das fotobuch und mal gucken ob ich da wieder mitnehmen kann bisschen ja gestern fernsehgarten war megamäßig habt ihr sicherlich im fernsehen gesehen und wir sind ganz schnell danach dann richtung berlin gefahren und waren auch erst glaube ich um neun oder so hier gewesen also es war dann halt doch schon noch ein bisschen fahrt gewesen aber ich hoffe ihr hattet spaß gehabt mit dem was ihr bisher gesehen habt und die woche geht noch weiter und ich mache auch noch weiter hallo meine lieben wir sind jetzt hier gerade angekommen bei dem fotobuch drehen beziehungsweise machen gerade ein bisschen social media für das fotobuch und ich glaube nicht was ich gerade gefunden habe ich nehme euch mal mit und zeige euch mal kurz was ich habe eine karte für sie Das war's für heute. Fünf Jahre Benzucker, was wir haben ist für immer, aber unheimlich wichtig, dass das nochmal auf den Müll hat wahrscheinlich und könnt ihr ab sofort bestellen und hab ich für euch zusammengepackt und teilweise auch so viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben, wir sind jetzt hier in Berlin angekommen und wir trinken jetzt viel Magenta TV. Sehr gut, für Magenta TV ein kleines Video und wir sind den ganzen Tag hier in Berlin Adlershof heute und schauen wir mal wie es wird und wie ich euch mitnehmen kann. Auf jeden Fall haben wir heute viel Spaß, wir sehen das. Wir sind jetzt gerade im Studio angekommen und ich schwenke mal die Kamera wieder, dann könnt ihr auch mal aufnehmen. Also ich merke jetzt, wie du fühlst. Grüß euch an diesen wunderbaren Dienstag, an den Jürgenau-Jet. Grüß euch an den Jürgenauern und ich schwenke mal die Kamera wieder. Ich hoffe, wir haben heute wieder sehr viel Spaß. Wie wir reden heute? Wenn sogar fühle ich, dann ist es ein bisschen gut, dann war ich noch ein bisschen gut. Wie ist das Interview? Zeit 2, 1. Wie ist das Interview? Zeit 2, 1. Wir sind viel Spaß. Ich bin viel Spaß. Ich bin viel Spaß. Ich bin viel Spaß. ein wunderschön guten morgen liebe zuckerbande wir sind jetzt in düsseldorf angekommen gestern waren wir noch schön in berlin gewesen habt ihr gesehen geiler videodreh gewesen auf jeden fall und wir sind jetzt heute live im fernsehen oder benny ist besser gesagt live im fernsehen sind jetzt bei voller kanne beziehungsweise wenn hier schon drin ich die noch vom gebäude und nachher haben wir noch ein zeitungsinterview mit dem kölner express und danach fahren wir noch zum wdr und da haben wir auch noch mal eine live sendung um 16 uhr 15 war die gewesen wenn das video rauskommt habt ihr das natürlich schon alles gesehen und ja im zdf kann ich jetzt sind leider nicht mit filmen aber nachher beim wdr ich gucke ob ich da auch etwas ran kriegen und dann sind natürlich wieder exklusive einblicke und bis dahin wünsche ich euch ganz viel spaß bespielen ja wir sind jetzt hier angekommen beim wdr für hier und heute und ja hier geht es gleich zur sendung rein und ja mal gucken was ich mit filmen kann und ich bin sehr sehr gespannt war noch nicht hier ich bin zum ersten mal hier und ja versuche ich wieder ein bisschen was mit zu nehmen und zu zeigen ich bin schon wieder noch ein bisschen was passiert das passiert es passiert Ich bin jetzt hier gerade im Hotel hier in Berlin und ich darf's nur den Galley abholen. Wir machen heute noch einen coolen Dreh mit dem Benz zusammen. Ihr seht ihr bestimmt auch gleich oder die sind sogar schon draußen, wenn mein Video rauskommt. Wir fahren tatsächlich auch in das gleiche Studio, wie wir am Montag schon waren, wo wir das Fotobuch das erste Mal gesehen haben, was ihr auch schon in dem Video gesehen habt, also das völlig verrückte Zeit war, einmal Monat, einmal Freitag. Ja, da drehen wir heute bis 16 Uhr ungefähr und danach geht's für mich und bin zur Küste hoch und dann hat der liebe Ben endlich ein paar Tage frei, weil das waren jetzt doch sehr anstrengende zwei Wochen gewesen, viele Termine, viel hin und her, viel Fahrerei. Ich glaube, wir sind schon wieder bei knapp 5.500 Kilometer jetzt insgesamt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin und mal gucken, was ich euch noch mitnehmen kann. Ciao, ciao. Wo bist du? Ja, du bist dran. Komm, bereit kommen. Ja, bitte überraschend jetzt. Bitte. Hitta, wie geht's dir? Boah, was geht? Was geht? Alter. Was soll ich jetzt sagen, wir sind mitten im Dreh und ich habe jetzt mal mit Freude kennengelernt und ich glaube, die nette Dame nehme ich mal Sitte. So, ich spreche jetzt leider nicht, aber... Sehr geil. Sehr geil. Ich habe ich etwas anderes geholt. Ich habe dieses Ding, ich mach mein eigen, ich habe diese Sache. Ich bin so confused, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018